Hallo Leute, mein Name ist... ...schnell fertig haben, weil seine Missionen nicht zum Hauptmissionsstrang gehören, also die muss man nicht machen. Warum ist das, das sage ich nicht. Ich muss es, ich habe mich leider selber gespoilert und habe dadurch erfahren, was so in der nächsten Zeit passiert. Und ähm... Da 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 da... Da 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 da... GTA, ja... Ich glaube so ist das Spiel, oder? Es ist unmöglich zu überestimieren die wichtigste Entdeckung in dieser Linie von Arbeit. Zu meiner äternlichen Säme, ein Mensch hat mich ein Widerl, und ich habe nie die Möglichkeit seine Minderung zurückbehalten. Der Mannsweithness ist Mothercars, und er hat mir gesagt, dass wir ihm bestimmte Models für seine Collection bekommen haben. Wir müssen ihm die Karte als Gifte geben, um ihm das Geld zu retten. Ihr solltet die Karte auf diesen Littes bekommen, und sie zu einem Garage hinter dem Fahrpark in Newport. Meine Honour demandet es. Das ist alles total geil. Meine Stimme. Ja, dazu müssen wir in 1er Zustand. Wat? Okay, das ist ein... oh Gott, ey, das wird eine Fail-Mission. Wie sie im Buch steht. Oh la 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 la. Oh, Fail. Ey, der Wagen, ey, den werd ich doch total schrotten. Ist mal im Ernst. Natürlich würd ich erst mal gern wissen... ah, da ist er. So, jetzt müssen wir hier Bringdienst spielen. Oh. Nein, nicht von der Seite dran. Nein, 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 nein. Okay. 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 War hier nicht Dings? Painspray? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Da hab ich echt nicht richtig aufgepasst. Okay, ich kann sie hier... Ich muss sie hier mit mir bringen. Notfalls kann ich dann Painspray... Ja. Nurfalls kann ich dann, glaub ich, Painspray benutzen. Boah, ich weiß nicht, welchen Wagen ich als nächstes nehmen soll. Okay. Ja, 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 ja. Blüsch da. Das ist... Hardcore, ey. Autos fahren. Ja, ja, wie... Wenn ich gleich an ihnen vorbeifahre. Ja, toll, ne? Weil an die mich... Ja, hier. Oh, hö. Ja, hier. Okay, diesen, äh... Oh, Cheetah. Okay, jetzt nicht von mir selber, von dem Auto, sondern von dem Auto. So. Geschmeidig. Weil der liegt schon, äh, so schön flach auf der Straße, also... Ich glaub, das wird noch... Der wird noch einfach. Und die haben nicht getroffen. Das ist... Crazy. Äh, und die Zeit geht weiter. Ja, natürlich. Alter. 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 Bedeede. Lade. Pizza. Kamerotti. Palala. Sollte man in dieser Pizza-Werbung... Ich kenn dir einer. Jo, noch ein Auto. Boah, jetzt ist der geile Wagen, ey. Das ist... Das wird geil. Ich... Ich bin Spitsch. Ich, ich weiß nicht. Ach, ja. Okay. Den werden wir auch mal abliefern. Bevor die Zeit vorbei ist. Hoffe ich mal. Ich glaub, das wird noch gehen. Fuck. Ich glaub, es wird nebelig. Es wird nebelig. Nein! Na, toll. Geile Scheiße. Okay, es war so geplant anscheinend. Pay & Spray. Ich fahr zu Pay & Spray. Ich fahr zu Pay & Spray. Da kannst du dein Auto umsprayen. A-ja. Gantesche . O-ja. D',, D', 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 D, D', D', D, D', 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 D''. Ich kann nichts mehr sehen. D, 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 D'. Ich lauf in die Wand. D, D, D', D', D' Ich brch' mir die Nase. D, 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 D permission esfid. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüs. Vielen Dank.